Regeln für richtiges Benehmen im Internet. Halten Sie sich online an die Verhaltensregeln, die Sie im wirklichen Leben befolgen. Du bist so ein dummes Stück Scheiße! Verpiss dich! Lettet einfach eure Fressen! Verpiss dich, voll Idiot! Ey, du bist so ein Arsch! Wie kann man denn nur so saublöd sein? Nein! Verzichten Sie auf Beleidigungen, Provokationen, Drohungen oder Verunglimpfungen gegenüber anderen. Ich ernähre mich von deinem Hass! Denn das Internet vergisst nicht. Dieser Streit geht weiter, ganz egal ob es Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern wird. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt. Ziemlich traurig, sowas unter einem Paper Mario Video zu sehen. Ja, es lohnt sich halt einfach nicht, die Scheiße zu lesen, die du schreibst.